Hier kommt ein Kurzvideo vom Wert Giganten. Der steht nämlich am Maschteich in Hannover und ich bringe euch mal ein ganz schnelles, ganz schnelles Video davon und ich bin in Bewegung und dieser Wert Gigant soll uns erinnern, was wir alles doch für Elektroschrott produzieren. Und er hat hier ja alles aneinander geschraubt, was wir so produzieren von Waschmaschinen, Staubsauger, Fernseher, Smartphones. Hier ist wieder eine Waschmaschine, Radio, alles Mögliche. Also ihr seht, was wir selbst provozieren, produzieren und das ist so, ich nenne es mal den Trashman oder den auch.